Im Güterbahnhof im Schweizerischen Buchs werden 241 P17 und 241 A65 für die Rückfahrt nach Koblenz in der Schweiz versorgt. Die 85 Jahre alte Dampflok ist dank ihres Betreuervereins gut in Schuss. Die lächelnden, rußgeschwärzten Gesichter der Lokmannschaft belegen die Begeisterung für die größte handgefeuerte Schnellzugdampflok der Welt. Daneben die stärkere 241 P. Sie hat eine Stokerfeuerung. Das heißt, ein Schneckenantrieb befördert die Kohle vom Tender in die Feuerbüchse. Nur 35 Maschinen sind von diesem Typ gebaut worden. Es waren die letzten Mountain-Lokomotiven. Die 241 P17 ist heute die stärkste betriebsfähige Dampflok Europas. Am späten Nachmittag steht der Sonderzug für die Rückfahrt im Bahnhof Buchs bereit. Wieder zerren fast 7500 PS Leistung am Zughaken. Am father Schall Am II Am II A Am II Am II Am III Am I Die Mountainlokomotiven mit der Achsfolge 2D1 sind ein Paradebeispiel für französische Dampfloktechnik. Sie ist im Gegensatz zu den deutschen Einheitsloks andere Wege gegangen. Wünschen wir den Vereinen beider Lokomotiven weiterhin ein gutes Händchen mit ihren großen Maschinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017